Ich habe zwar keine Ahnung, was es ist, aber es hört sich verdammt gut an. Und für die Herren hier an Bord viel wichtiger, noch eine bordeigene Bravorei. Wenn ein Arm nichts mehr einfällt, kann man sich wenigstens ordentlich volllaufen lassen. Das kenne ich übrigens auch. Ich habe gemeint, dass wir die Bordfahrt des Kolzfahrtschiffs zur linken Seite benutzen einzelne Markierungen in der Form eines Pfeiles, die da unten zeigen, der schwarze, manchmal auch mit der Leberschrift TAC, T-U-G, aber das im Englischen bedeutet Schlepper. Dies ist eine kleine Hinweise für den Hochsee-Assistenzschlepper, der die Aufgabe hat, das Kreuzfahrtschiff...